hallo und willkommen zu einer weiteren folge fortnight daily clips mit dem mit mir dem herrn gleich ja wir haben sie wieder alle wir haben ninja wir haben tiff you und so weiter und sofort nick merks gibt relativ geile clips heute und wir fangen jetzt mal wieder an mit ninjaaaaa die heck are you doing here dude ouch das hat richtig 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 wehgetan oh mein gott so gucken wir uns den nächsten clip an das war echt übel dann haben wir hier dqa beim dqa da ist maskiter geproben da ist maskiter geproben naja ganz gut bekommen so nächster clip hier eine hammer szene von tiff you oh so oh i fucking fell i can't move mega gross entfall got one he's out he's out here he is pulling w hey you go that way i'm going this way crazy richtig geiles das ist ein guter team play richtig geiles team play tiff you mit seinem mate so dann geht es nochmal zu ninja zurück und ninja hatte keinen guten tag und dann macht der andere noch oh mein gott oh mein gott ouch das ist richtig richtig übel also ähm klicken wir schnell mal wieder weg sooo dann haben wir hier noch ein mega alter das ist ein krasser kill das muss ich mit dem herrn sofort auch ein einüben das muss ich mit dem herrn sofort einüben weil das ist der oberhammer das muss ich euch mal einziehen so krank so krank also jetzt nochmal damit man es besser sieht ne also ähm weil das hier müssen wir uns glaube ich nochmal kurz in der rauh 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 gameplay also das muss man erstmal hinbekommen stark wahnsinn aber was von nick merks mega kranker no scope runterspringen jetzt haben wir eine szene die es einfach nur sehr witzig muss ich sagen da hat nick merks mit ninja zusammenspiel also ninja hat wirklich keinen guten tag so wie es aussieht nicht merks hatte mit ninja zusammengespielt und dann schauen wir mal was jetzt hier passiert das ist auch crazy die olympic team to beat the beat the uh es down ninja Super geil mega geil mega geil mega geil also das ist für mich die szene des tages aber das ist die szene des tages oh mein gott oh mein gott er sofort würde mich umbringen wahnsinn okay hier die allerletzte szene von heute mega geil der muss sein ja technologin ja Bein that the shop was ass tonight. My money has to go somewhere. This is ass? Yo, hold on bro. CJ, thank you man. You fucking goon. Nick Merckx. Heute für mich der Gott der Clips. Mega cool. Thanks for that Clips. Man, wenn es euch gefallen hat, dann lass mal ein Like da, schreib was in die Kommentare, abonniere den Kanal und schallt es nächstes Mal wieder an, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Clips. Mit mir, dem Mann, gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.